Servus Leute, ich bin's, der Blue und, äh, Moment, so, äh, schon viel besser, ja, ok, Facebook, ähm, ich wollte erst mal ein Video machen, kurz, wo ich ein bisschen rede, weil, äh, ich finde, äh, finde, das wird mal wieder ein bisschen Zeit, so, da ich, ja, das heißt, ich, da wir in letzter Zeit gar nichts an Videos gebracht haben, ich meine, ich hab's ja immer noch drei Folgen Kingdom Hearts auf der Festplatte, aber da ring ich immer noch mit mir, ob ich die verarbeiten und hochladen soll, weil die, naja, schön sind die nicht, wenn ich da sitze, ja, wir machen den Gegner jetzt, und dann, äh, ja, jetzt haben wir ihn besägt, das, äh, das bin ich, ich, das, da war ich übermüdet, da wusste ich nicht, was ich machen sollte, ich hatte keine große Lust aufzunehmen, aber ich hab mir gedacht, äh, gedacht, gedacht, ja, äh, gedacht, gesagt, ja, nimm jetzt mal wieder was auf, Junge, was soll denn die Scheiße, äh, die Leute warten wahrscheinlich auf Videos, die, die es interessiert in Kingdom Hearts Let's Play, und da hab ich halt die drei Folgen aufgenommen, ich meine, ich bin zwar vorangekommen, ja, schön und gut, aber was bringt mir das, wenn ich keine Lust vermittelt, wenn ich da sitze und, äh, es geht mir am Arsch vorbei und bla, das bringt's einfach nicht und, ähm, ich werde heute noch was aufnehmen mit einem Kumpel, ähm, ich kann ja mittlerweile, was heißt mittlerweile, ich kann ja schon seit einer Ewigkeit, äh, meine Konsole aufnehmen, also meine PS3, ich kann auch, äh, Xbox 360 und Wii aufnehmen, wie hab ich ja immer, ähm, oder hab ich halt nicht, äh, hab ich gar keine Spiele für, unter anderem, ähm, ne Xbox hab ich nicht, weil, hab ich mir damals nicht gekauft, ich hab jetzt nix gegen Xbox, das ist ja nur mal so, weil Fanboys sagen ja immer, äh, du hast ein PS3, äh, magst die Xbox nicht, ich meine, äh, warum sollte ich Xbox nicht mögen, ich meine, ich benutze Windows, das ist auch von Microsoft, also warum sollte ich was gegen Xbox haben, ich hab auch genügend andere Games für Windows Live und bla, äh, hab ich gar nix gegen, ich bin sogar ziemlich großer Fan von Xbox, aber ich hab mir halt die PS3 gekauft wegen Exklusivtiteln, unter anderem, was jetzt auch nächsten Monat kommt, Kingdom Hearts 1.5 HD Remix, oh, ich bin, ja, ich werd's endlich in den Fingern haben, endlich spielen, in, ich meine, da ist Kingdom Hearts 1 drin, in HD, und Kingdom Hearts Rechains of Memories, oder, ja, doch, Rechains of Memories, weil's ja überarbeitete Version von Handheld, also vom DS damals war, oder Gameboy, was es war, wofür es rauskam, und, das ist sowieso das Beste, 300, also auf Englisch, Kingdom Hearts 358 and a half days, also Kingdom Hearts 358 and a half days, also Kingdom Hearts 358 and a half Tage, Äh, ja, ich freu mich so sehr, weil, es ist ein Lückenfüller von der Geschichte zwischen Kingdom Hearts 1 und 2, ich meine, oh, das, ich muss dafür einfach Kingdom Hearts 1 fertig machen, aber ich hab momentan halt keine Lust, das aufzunehmen, und ich überlege, wenn ich dann Kingdom Hearts 1.5 HD habe, ob ich dann einfach ab da weiternehme, wenn ich so weit bin, wie ich im Let's Play gerade bin, oder ob ich die drei Folgen hochlade, und dann, aber was mir eigentlich irgendwie Sorgen macht, ist der Kampf gegen Ursula, also der zweite Kampf gegen Ursula, ich glaube nicht, dass die den überarbeitet haben, der sieht vielleicht hübscher aus, aber der wird immer noch so schrecklich sein, und momentan verfolge ich auch ein bisschen so oft, Twitch Kingdom Hearts 2, äh, Speedruns, weil ich weiß nicht, ich find's halt geil zu sehen, wie Leute das Spiel einfach mit dem Wissen, was sie haben, durchspielen, und das so schnell wie möglich, und wie Gegner so Taktiken haben, die sie wirklich auch nur bei denen anwenden, und so, und wie du einfach lernen kannst, wo der Gegner auftauchen kann, und einfach weißt manchmal, wo der Gegner ist, das ist einfach so geil, und ja, ich weiß halt nicht. Auf jeden Fall wird dann, denke ich mal, in den nächsten Tagen ein neues Projekt kommen, was heißt denke ich mal, also es wird auf jeden Fall ein neues Projekt kommen, aber ich weiß noch nicht wann genau, zumindestens nehme ich heute mindestens eine Folge auf mit einem Kollegen, es wird kein großartig langes sein, es wird auch nichts absolut Neues sein, nur damit ihr das weißt, wisst, und ich hoffe, dass diese Audiospur jetzt auch vernünftig ist, weil die sieht scheiße aus, ist einfach so hässlich, ja, momentan verfolge ich auch das Megaprojekt, das ist, ich weiß nicht, ich find's momentan richtig geil, ich wär auch liebend gern dabei, aber, äh, nur nimmst du, ja, ich weiß nicht, ich denk mal, wenn die Leute einen mögen würden, also wenn sie merken, ja, der hat's drauf, dann sind schon rein, aber ich weiß nicht, ich denk einfach, das ist Schwachsinn, mich da zu bewerben, unter anderem, weil ich mein, die Leute kennen sich ja teilweise, teilweise kannten sie sich vorher schon und, ich mein, was soll ich da bei Leuten, ne, die ich nicht kenne und, die mich nicht kennen, und ich bin ja absolut klein und no name und, naja, egal, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, neues Projekt stattet dann die Tage, man wird's absolut kennen, aber, ich hoffe mal, dass mein Kumpel und ich da echt, äh, Witz und alles mit reinbringen, werden jetzt gleich in einer Viertelstunde ungefähr aufnehmen und ich wollte halt nur noch mein kleines Video vorher machen, wo ich sage, dass ich mir wirklich leid tue, dass es nix kam und ich war ja jetzt ein halbes Jahr in einem Betrieb, ich hab ein Praktikum gemacht, ein halbes Jahr lang, ich fang dann im nächsten Monat an, meine Lehre da zu machen mit Otto, was auch schon absolut asozialer Abfuck werden wird, bei Otto oder nicht, zusammen mit einem Betrieb in der Lehre, ich meine, Berufsschule, was ist da los, ey, da geht ja gar nix, das wird so Abfuck für die Leute, die werden uns schlagen wollen, werden die, und auch im Betrieb, auf Baustelle mit Otto nicht, oh mein Gott, nein, ähm, auf jeden Fall, ich hab mich auch ziemlich verändert und ich meine, warum soll ich Videos machen, wenn ich keine Lust habe, dann mache ich lieber Pause für ein paar Monate und mach nix, bis ich die Lust wirklich wieder habe und momentan kommt es wirklich wieder, ich meine, ich verfolge so viel auf YouTube gerade, was richtig geil ist, meiner Meinung nach, und boah, das stiftet mich echt schon wieder darauf an, was selber zu machen und mir kribbelt es eigentlich schon den Fingern, allein, wenn ich sehe, dass Leute Saints Row 4 spielen und ich bin nicht mehr mit Saints Row 3 auf YouTube, mit Otto durch und wir haben es privat schon wieder durchgezockt, zweimal fast, nein, wir haben es natürlich nicht zweimal durchgespielt, einmal, und alle die jetzt hießen davon, ne, und boah, ich weiß nicht, ich hab auch absolut keine Ideen, was ich machen kann, ich meine, ich hab jetzt ein paar neue Spiele auch dazu bekommen, aber es ist einfach alles so ausgelutscht und, naja, ich hab da schon noch ein paar Projekte im Hinterkopf und ich denke, die werde ich auch auf jeden Fall machen, also auf jeden Fall sowas wie Darksiders und Kingdom Hearts wird auf jeden Fall weitergeführt werden, und wie gesagt, bei den drei Folgen, ich weiß nicht, wie viele Leute das jetzt sehen und die Leute, die es wirklich sehen wollen, Kingdom Hearts, lasst entweder ein Like da oder schreibt einfach mal irgendwas Sinnloses, muss ja nicht mal was Produktives sein, einfach was schreiben, damit ich merke, ach, die Leute, wollen, dass ich es hochlade, auch wenn es scheiße ist, das Problem ist, ich hab auch kein Backup von der Stelle, wo ich war, also die letzte Folge ist ja da, wo ich vor dem Eingang zum Bossfight von Ugi Bugi stehe, der Fight ist ja nicht schwer, aber ich bin halt schon weiter, ne, und naja, das Spiel ist auch nicht mehr wirklich so komplex und schrö-, na gut, es ist doch sehr komplex und so extrem viel ist es auch nicht mehr, es gibt immer noch so viel, was wir machen könnten, ich meine, wir könnten die Final Mix Bosse machen, wir könnten in jede Welt noch mal gehen, dann noch mal Bosse bekämpfen und die sind so fucking schwer und naja, momentan, für die Leute, die es interessiert, wir haben ja auch einen Livestream-Kanal, den ich gemacht habe, der heißt einfach auch nur, wenn ihr es sehen wollt, die Gaming Bros, ne, halt so wie hier plus unter das HD und da habe ich auch angefangen, in den Hartz 2 live zu let's playen, mehr oder weniger, ich rede zwar nicht so viel, ich spiele es mehr und ja, wir können halt, wenn es euch interessiert, guckt einfach mal auf den Kanal, müsst eigentlich noch hochgeladen sein, ich kann immer schnell gucken, habe ja Twitch nebenbei auf, weil ich immer gucke, ob gerade einer des Speedrun-Zooking nochmal 2 macht, nein, ich bin auf meinen Channel, äh, warte hier, da, der Channel, ähm, wir können halt einfach gucken und ja, ja, Livestream ist nach oben, und es sind halt, äh, ne, den letzten Live-Stimm mit dreieinhalb Stunden, müsst ihr gucken, davor habe ich einfach noch Einstellung gemacht und bla, ist halt so und auf jeden Fall, ich werde vielleicht auch ein bisschen öfter streamen, von daher, wenn das, also was für euch ist, dann könnt ihr auch gucken, äh, dass ihr vielleicht, ein Follow da lasst, ne, damit ihr eine E-Mail kriegt, wenn ich streame und ich, weil ich will nicht, manchmal ist es halt einfach spontan, ich will nicht jedes Mal ein, Video hochladen, hey, ich streame jetzt in einer halben Stunde, boah, das bringt es nicht, und wie gesagt, ähm, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen schnell rede, oder, ne, weil, ich weiß nicht, ich will das jetzt vielleicht noch machen, hochladen, bevor ich gleich aufnehme, mit meinem Kumpel, beziehungsweise, dass ich es mindestens dann renne, und dass ihr das dann seht, und naja, wie gesagt, wir haben auch noch ein paar ältere Videos, wenn ihr das gucken wollt, und naja, also wie gesagt, Leute, haut's rein, ciao, tschö, tschö, bye, euer Blue, ich bin's raus, tschö, bye, bye, bye,